Gut, okay. Erzähl, was muss ich tun? Ich habe null Ahnung. Ich habe noch nicht mal Videos geguckt oder irgendwas gelesen. Ich bin nie mal geflogen, so im Hotstart, um mich mal dran zu gewöhnen. Aber das ist auch schon ein bisschen her. Wird schon werben. So, kein Problem. Als erstes kleine, zum Umgucken, in der Mitte hängt so ein riesengroßer Hebel mit einem roten Griff, der heißt Rotor, steht da drauf. Das ist deine Rotorbremse. Der rote, ich sehe hier. Achso, der jetzt, den sehe ich, ja. Und wenn du den nach oben guckst, ist noch ein kleiner mit einem gelben Griff. Ja. Der ist dann, um deine OPM hochzudrehen. Ah, okay. Das ist erst mal so, dass du schon mal weißt, wo das ist. Ich bin mal AFK. Alles klar. So, dann kurz im Cockpit umgucken. Wir fangen oben rechts in der Ecke an. Das ist deine Geschwindigkeit. Jo, kam her. Wenn du schnell bist mit dem Ding, ist es 250. Also die ist jetzt nicht riesig, super schnell. Ah ja. Daneben ist dann eben künstlicher Horizont. Daneben, links davon, ist deine Steig- bzw. Fallgeschwindigkeit. Ja, Variometer. So, dann gehen wir wieder ganz nach rechts. Die zweite von oben. Ja. Ist deine RPM-Anzeige. Ja. Die piept und schreit dich an, wenn du am Limit bist, was meistens so ungefähr bei 90% ist. Das kommt ein bisschen auf deine Geschwindigkeit und so weiter drauf an. Das sehen wir dann. So, links daneben ist dein Kompass. Ja. Die große, fette Nadel zeigt dir an, wo dein nächster Wegpunkt ist. Ja. Und dann hast du noch so eine ganz kleine, dünne. Ja. Die zeigt jetzt gerade nach rechts. Jo. Die ist für ADF. Okay. So. Links daneben ist deine Höhe. Und zwar die barometrische. Ah, okay. Nicht die Radar-Altitude. Und da von links daneben ist eben dein Sekundär-Horizont. Ja. Stand-by. Genau. AD-I. So, und jetzt gehen wir bloß schräg rechts nach unten. Die Altitude, das ist dein Radar-Höhenmesser. Also, oder besser gesagt, das ist ja mit Radio. Aber ist ja egal. Der zeigt dir deine tatsächliche Höhe zum Boden an. Schräg rechts. Warte, und du kannst nämlich auch, ich könnte mal gucken, im Prinzip von dem, äh, von deiner Fallgeschwindigkeit, oben dritte von rechts, zwei nach unten. Oben dritte von rechts, nee, dritte von links. Achso, nee, was weiß ich. Links, rechts. Ah. Von ganz oben rechts. Ja. Geschwindigkeit. Ja. Künstlicher Horizont. Ja. Dann Steig- und Fallgeschwindigkeit. Ja. Und von der aus zwei nach unten. Ja, das ist die barometrische Höhe. Nee, Radar. Achso, wo ist denn die barometrische Höhe? Darüber. Achso. Ah, das hat mich verwechselt. Okay, ja. So, dann, was ja wahrscheinlich auch nicht allzu unwichtig ist, ist deine Spritanzeige. Und zwar ist die die mittlere von dem Höhenmesser. L mal 10 oder was? L mal 10. Da steht Komp. Ja, genau. Oh, Komp. Und da steht L mal 10. Oh, Kack. Entschuldigung. Genau. Ja. So. Jetzt hast du das erstmal schon. Das reicht erstmal, dass du grob die Anzeigen, den Rest, das kommt mit der Zeit. Da drunter sind Uhren, glaube ich wahrscheinlich, ne? Das eine ist die Uhr und rechts davon ist auch noch die RPM-Anzeige für dein Triebwerk. Mhm. Ganz unten rechts sozusagen. Ja, ja. Mit den weißen Lädern. So, und jetzt gehen wir da hoch und da hast du so Kippschalter über der. Ja. Eine Reihe, die ist uns noch relativ egal. Und darüber noch eine rechts. Da steht BAT. Jo. An. Und die rechts daneben, die beiden auch an. Okay. Ne, der Generator. Ah ja. Und Altimeter. Ja. Jetzt hörst du schon so leicht hier und macht hier irgendwie so ein bisschen wieee. Mhm, ja. Höre ich. So, dann haben wir, äh, ganz unten hast du ja so eine Uhr. Ja. Rechts ABM und links davon die Pumpe. Ja. Das ist die Pumpe. Ja, hätte man bekommen können. Ist das sächsisch? Was ist das sächsisch? Was ist das sächsisch? So, und jetzt hast du da links davon eben nochmal einen großen grauen Schalter. Der muss auf M. Für quasi deine Zündung, wenn du so willst. Ach, da das Selector, ja. Okay. Kannst du ja auch merken, ist ja alles Französisch hier. A ist aus und M ist Marsch für an. An, okay. Kannst du einfach merken, Marsch vorwärts oder vorwärts Marsch suchst du aus. So, und jetzt. Lass mir die Kiste mal an, aber erstmal die Tür zu, oder? Wollte gerade sagen, mach erstmal die Tür zu. Das ist sowieso ganz angenehm. Beregelt er automatisch? Ja. So, warte, ich muss erstmal selber gucken. Das hast du, da. So. Wieso macht er jetzt nichts? Na, meinst du nicht, dass wir erstmal was anlassen müssen? Ja, das macht er eigentlich mit dem. Ja. Die Rotterbremse hast du ja gelöst. Normalerweise müsste der jetzt hier schon loslegen. Habe ich irgendwas vergessen? Der bestimmt irgendwie, müsste bestimmt so eine Art Zündung drücken. Ach, ich bin ja auch, äh, äh, und zwar, äh, ne, das ist die, die, die Zündung, der, äh, der Starter. Maximale Energie. Ah, jetzt passiert was. Aber warum passiert jetzt jetzt was? Ja, der muss wie vorwärmen, warmert zu schnell. Ah. So, jetzt, jetzt guckst du auf deine RPM-Anzeige ganz unten rechts. Ja. Da tut eine Nadel steigen. Ja. So, und wenn die stehen bleibt, tust du oben an diesem gelben Hebel, den musst du dann ganz langsam nach vorn machen. Jetzt kannst du die ganz langsam nach vorn, bis diese kleine Nadel dann auch bei der Weißen stehen bleibt. Machst du das zu schnell, überdreht er den Rotor und zwar, wir können eine neue Maschine nehmen. Immer ein Stück weiter, immer ein Stück weiter und dann müsste sich der Rotor auch drehen hier. Ja, genau, genau, jetzt geht er langsam los. Ja, genau, jetzt geht er langsam los. Ja, das ist ja immer so gefühlt. Bis eben dann der Hebel ganz vorn ist. Na, das ist quasi wie die Kraftübertragung, machst du das zu schnell, dann überdreht er den und der Rotor kommt nicht hinterher und dann nimmt das ganze Ding Schaden. Gut. So, sehr schön. Über der RPM-Anzeige ist ein Schalter Debre FF. Ja. Das ist ein Teil deiner Trimmung. Aha, Magnetic Brake. Genau. So, dann gehst du dort hoch, wo dir der Batterieschalter, Anschalter war und gehst von dort aus nach links, da hast du einmal einen Trimm. Ja, an. Ja. So, gehst weiter nach links, dann hast du deine Hydro... Ach, ich glaube, das ist bloß der Test der Hydro... Genau, das war der Masterarm, aber jetzt weißt du schon mal, wo der ist. Da müsste der Pitot sein. Das habe ich gesehen, da Pitot. Was ist das? Sehr schön. Wenn, äh, so, jetzt gehen wir unterhalb der RPM-Anzeige. Ja. Hast du drei Schalter, da steht PA. Ja. Die machst du alle hoch. Und dann links davon diesen grauen auch nach oben. Ne, das war rechts. Achso. Das andere Dings. Ja, das ist dein, das ist dein, das ist im Prinzip deine Dämpfer für den Autopiloten. Ja. Ja, die Pitch und so weiter. So, du siehst, ja genau, das war auch schon mal richtig, du siehst dein RBR, das ist links, der grüne Bildschirm. Ja. Und da gehst du ganz nach unten, da hast du einen kleinen Schalter, der muss auf GM, so ein Drehschalter. Dann war einer. Ja. Das sind deine Gyrus und Amplification bla bla, ich weiß gerade nicht mehr, was das ausgeschrieben war. Aha. Und darüber hast du zwei Felder, die sind jetzt so weiß-rot gestrichelt. Ja. Erst wenn das weiß-rot gestrichelte weg ist, kannst du wirklich losfliegen, weil ohne die Gyrus fliegt sich das Ding gefühlt gar nicht. Ui. So, jetzt gehen wir zur Mittelkonsole. Mhm. Mit dem neuen Tastenblock. Ja. Links davon hast du zwei Drehschalter. Ja. Den unteren stellst du auf Wähl, wo sie eins weiter nach rechts drehen. Ah ne, du bist beim falschen, guck mal ein Stückchen weiter hoch. Du bist beim Radio, weiter oben hast du noch einen. Ach da, da, auf. Na, den ganz links, den Trener. Ach da, auf Wähl, ja, ja, ja. Genau, jetzt siehst du dort Error, R und Nav. Ja. Der alignt sich jetzt. Mhm. Ja, müssen wir halt ein bisschen warten, bis das so weit ist. Wenn du das schon einmal dann alles raus hast, kannst du das auch mittendrin schon machen. Dann geht's schneller. Ja. Ja, aber egal, ist jetzt erst mal so. So, dann hast du darunter das Radio, da steht die 124. Unter deinem Nav. Ja. Und da ist tricky zu finden. An dem rechten Drehknopf, da kann man außen noch umstellen, von A auf M, wie anschalten. Jawohl. Ja, das brauchen Momente, dann leuchtet auch neben der 124 ein grünes Licht. Hallo. Ja, hallo. Ja, jetzt an. Grüße. So, darunter hast du dein zweites Radio. Da kannst du den oberen linken Drehknopf auf Traffic stellen. Jawohl. Und darunter hast du dein großes Hauptradio. das stellst du auf FF. Welches Modul? Äh, Kanzelle. Ah, ich musste ein bisschen nach unten gucken, ja. Ja. So. Rechts daneben, wo du das gerade angestellt hast, hast du deine Gegenmaßnahmen. Da ganz unten, also der unterste Kippschalter, den stellst du auf VE. Aha. Und darüber hast du einen Schalter, der steht momentan auf CC oder SEC. CC heißt einfach, du schießt immer eine Flair raus pro drücken und SEC ist die Sequenz, wo der dann eben vier macht und so weiter. Ja, ich lasse es immer auf CC und drücke das selber. Und über diesem Schalter hast du noch einen, der kann auf G und D, französisch für links und rechts, wenn du dann sagst, du willst bloß links auswerfen oder rechts. Ja. Um die Flares auszuwerfen, musst du an deinem Collective diesen gelben, den du jetzt schon ein paar Mal gemacht hast, hoch machen. Ja. Ansonsten kannst du den nicht drücken. Gewöhn, du wirst einfach beim Startup mit an und alles ist gut. Na, immer hoch machen und dann kannst du dir dein... Das war's, ja. So. Damit das Ganze ein bisschen schöner aussieht hier, vorne beim Cockpit, ganz unten rechts, hast du ein kleines Drehrad unter der RPM-Anzeige. Das ist die Beleuchtung. Jo. Kannst du einfach hochdrehen. So, und weil das noch nicht reicht, hast du dein Sekundär-Horizont. Der ist links, im Prinzip schräg runter vom RWR. Den musst du erst mal einstellen. Ich mach das mal schnell. Abschalt. Das machst du auch. Und darunter hast du erst mal einen Drehknopf und darunter wiederum einen Schalter. Ja. Und den kannst du auf M. Das ist deine normale Beleuchtung. Wie geht das iPad an? Äh, und zwar beim iPad unten ganz am schwarzen Rand in die Mitte drücken, da ist ein Knopf. Ah, tatsächlich. So, von dem Knopf, den du gerade gedrückt hast, ist gut, dass du dorthin geguckt hast, gehst du nach links und da hast du auch noch so einen Drehknopf, der steht momentan auf Art. Dreh den mal ganz nach rechts. Jetzt hast du in deinem Horizont weiße Linien. Ja. Die sind gut, damit du weißt, ob du im Hover bist. Die zeigen dir quasi deine Vorwärtsrückwärtsbewegung. Ah, meine Bewegung. Was dir nicht zeigt, ist deine Steig- und Sinkrote, aber da hast du ja links daneben gleich noch die Anzeige. Spariometer, ja. So, ich, äh, dann guckst du mal zu mir, das mach ich jetzt, aber das ist ja relativ einfach. Erstmal zu dem Co-Piloten-Joystick. Da müssen wir die beiden schwarzen, äh, roten Kapper hoch machen. Damit er einsatzbereit ist, siehst du das? Nee, seh ich nicht. Gehen die nicht hoch und runter? Der zwischen deinen, zwischen deinen... Nee, ganz links an der Außenwand. Ach so, ach, da, okay. Er geht hoch, ja. Ja, die beiden müssen hoch sein. Dann beim Bildschirm hast du unten drunter einmal einen Aus. Ja. Da, ne, anleuchtet ein grünes Licht. So, dann hast du diese, diese Mittelkonsole mit diesem schwarzen kleinen Joystick. Jep. Der Schalter links davon. Erstmal auf V. Das ist quasi wie Standby. Darüber hast du einen Schalter, da steht Ali. Warte mal, ich seh das V nicht, weil... Ah, ja, 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 oben links in der Ecke, weil das ist genau der Joystick vor. Ja, passt, hm. Darüber ein Drehrad Ali von A auf M. Ja. Und dann hast du, äh, rechts daneben auch noch einen, das ist für Infrarot, den auch einfach auf M. Mhm. So, wenn ich den jetzt so anschalten will, gehe ich bei unten links von dem Joystick, den einfach eins weiter. Und siehe da, jetzt müsste bei dir mein Bildschirm an sein. Ja, das ist auch so. Wo hast du gedrückt? Äh, von diesem kleinen schwarzen Joystick aus, der links obere. Ah, ja. Du müsst jetzt auf P statt auf V stehen. Oder was steht denn da? PH, glaube ich. Ja, PH steht da. Ich kann nicht folgen. Also der linke Joystick, den du praktisch mit der linken Hand anfassen würdest. Ach, Entschuldigung, äh, der, 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 der Mitteljoystick. Ja, okay, ah, ja. Gar nicht, gar nicht so einfach, weil ich hier drei Stück hab. Ja, ja, und von dem aus, äh, quasi auf dieser Mittelkonsole hier, kann ich schon so, jetzt geht er wieder aus. Na, jetzt steht er wieder auf V. Damit dreht sich die Kamera wieder automatisch nach hinten. Mhm. Jetzt wieder auf PH, geht sie an und dreht sich wieder nach vorn. Ah, der Button ist das okay. Gut, ja, jetzt kann ich folgen. Ja, stellt man das Ganze auf S, dann ist es einfach, äh, die, 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 ist die geradeaus vor und ist wie eingefroren, kann sich nicht mehr bewegen. Mhm. Ja, warum man das manchmal braucht, zeige ich dir später. So, jetzt ist was, was du von deiner Position aus wahrscheinlich schwierig siehst. Und zwar unter dem Bildschirm, weiter unten, hast du noch so eine Konsole, da ist ein Drehrad, ein großes, fettes, auf der rechten Seite. Da steht ja Gisemont, Limou, Limou, Limou. Ja, genau. Ja, sehe ich sehr gut sogar. Ja, genau. Das sind deine Stationen, immer 0, 1, 0, 1 bis 4, die vier Waffenstationen. Ja. Und links davon hast du wie einen Zündschlüssel. Das ist nochmal die Waffensicherung. Und die muss auf Marsch. Links davon? Genau, das siehst du von dir wahrscheinlich. Ja, da ist der Zündschlüssel, ja, okay. Ja, der muss auf Marsch, dass die Waffen an sind. Gut. Ja, jetzt ist es quasi noch im Testmodus. Und jetzt noch einen weiter. Ja, ich hab schon. Auf Marsch. Ja, ich hatte den schon ganz nach rechts gedreht. Ah, ja, okay. Ja. Hm. So, jetzt haben wir die Kiste eigentlich kampfbereit. Jetzt muss ich nur noch abheben, ohne dass wir abstürzen. Nee, ein was Wichtiges musst du noch machen. Da ist ein Navigationsgerät. Dort steht nichts mehr von Error, Nav oder R. Ne, das ist in der Mittelkonsole. Ja, das muss man irgendwo hindrehen bestimmt. Und da stellst du den unteren stellst du auf Terre. Ja. Ne, Terre ist quasi der Boden. Und Meer ist, welche Überraschung? Das Meer. Jawohl. Ne, Terre, Pomme de Terre. Ja, Kartoffel. Sehr schön. So, und jetzt siehst du auch, die Anzeige, Wegpunkt 1 wäre ungefähr Richtung 315 Grad. Jo. Genau. Und oben rechts davon ist die Anzeige in Kilometern, also 22,2 Kilometer. Ah ja. Sehr gut. So, und dann kannst du bei deinem Radar-Altimeter, guck mal, siehst du das, wie ich hier den Pfeil bewege? Ja. Ne, das ist eben, wann der Rot leuchtet und auch sagt, hier Hilfe, Hilfe. Ja. Trö, trö. Aber der ist irgendwie noch nicht an. Was haben wir denn vergessen? Irgendwas haben wir vergessen anzuschalten. Ich guck gerade mal schnell nach. Weil der ist nicht an. Da ist noch links dieses M. Ach so, ich könnte ihn ja auch anschalten. So. Muss man da noch? Ah. Ah, ja, ja, ich sehe schon, ja, ja. Na, und jetzt sind wir ja quasi unterhalb der maximal eingestellten Höhe, deswegen brennt da oben die kleine rote Lampe. Haben wir? Genau, das ist auch ganz klein so eine A und M. Also jetzt ist der an. Und wo schaltest du die Höhe ein? Ach an den Drehrädchen selbst. Ja, ja, okay. Jawohl, genau. Ja. Ja, ja. Ich mache es meistens auf 20 Meter, je nachdem, was für eine Mission wir fliegen. Ja, 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 ich habe das meistens auch recht tief. Aber schalten wir wieder an. Bei mir ist er an. Bei mir ist er jetzt an. Bei mir leuchtet es auch. Jetzt ist er bei mir an. Ah ja, dann passt es. Übrigens, ich hatte dich doch mal gefragt, ab wie vielen Metern der Ground-Effekt einsetzt, ne? Bei der Kiste hier? Gute Frage. Jetzt kann ich dir sagen, ich habe kurz ein Video über die HIP geguckt, der Ground-Effekt setzt, also du nimmst praktisch den Durchmesser deiner Rotor-Disc und wenn die 23 Meter Durchmesser haben, ne, Durchmesser, Durchmesser haben, dann setzt der Ground-Effekt bei 23 Meter ein. Ah, okay, dann sollte der hier ein bisschen später einsetzen. Ja. So, gut, ich mache mal die Kamera hier erstmal wieder aus. Brauchen wir jetzt erstmal noch nicht, denn du musst erstmal generell fliegen lernen. Mhm. Achso, bloß damit du es schon mal weißt, über deinem Kopf ist noch eine kleine Lampe, die ist so mit so einem roten Red-Lens-Ding. Das ist wie so ein kleiner Strahler, der quasi, wenn du von deinem Gashebel, der mit dem gelben Griff, wenn du von dem in gerader Linie nach hinten gehst. Ja. Ist wie so ein kleiner Strahler mit einem, der so rötlich ist. So ein Laser. Ja, nenn es Laser, das ist einfach bloß eine kleine Lampe. Achso. Nachts nervt die. Und zwar, jetzt sehe ich sie gerade nicht, war mir so dunkel. Man kann die irgendwie rot und weiß machen. Genau, und du kannst die aber auch noch dimmen. Und ich suche gerade den scheiß Schalter. Ich sehe den, ich sehe das. Genau, und jetzt hast du an, genau. Und der müsste, glaube ich, auf der anderen Seite sein, wo man das Ding aus und anschalten kann. Ja, ja, Roof Lamp Intensity Rotator. Genau. Gerade weil nachts guckst du vorne und tust alles dimmen, was man ja wirklich, man kann in der Kiste alles dimmen. Ja. Und trotzdem funktioniert es nicht, weil man immer die Lampe über dem Kopf vergisst. Ja, okay. Gut, aber jetzt haben wir erst mal alles. Das einzige, was dich vielleicht noch interessiert, unter deinem Sekundärhorizont, der kleine links, hast du noch zwei Schalter, wo in der Mitte ein Drehschalter ist. Ja. Und das sind deine Positionslichter und Navigationslichter, also hier Antikollision. Ne, die Schalter links und rechts davon. Mittelstellung ist aus. Ja, passt. Und wenn du die nach oben machst, dann blinkt es und nach unten ist permanent an. So, aber gut, lass uns mal abstürzen. Hast du drauf aufgepasst? I will do my very best. Also ich würde mal sagen, irgendwie so ordentlich rechts in die Pedale rein, stick nach links und dann den. Genau, und du kannst im Prinzip bei deiner Geschwindigkeitsanzeige, darunter hast du ja deine OPM. Und ab 50 geht es dann langsam los, dass der Aufwind bekommt und abheben wird, je nach Gewicht. Das ist gut to know. Na, das kommt immer auf deine Beleitung drauf an. Ich fliege. Das sieht doch schon gar nicht mal schlecht aus. Bin ja auch ein Naturtalent. Wo soll es denn hingehen? Wenn du willst, zu Wegpunkt 1. Aber es kann sein, dass die Kiste schon recht schwer ist, oder? Mit Panzerabwehr ist die relativ schwer. Ich muss auch sagen, dass ich gerade nicht weiß, ob ich hier Sprit abgelassen habe. Grundsätzlich kannst du dir merken, gehst du mit vier Panzerabwehrraketen raus, Sprit maximal auf 70%. Je nach Temperatur, umso schlimmer wird es. Und bei dem ist abheben meistens nicht das Problem und fliegen. Das Problem ist dann in den Hover gehen. Wo es dann einfach die Leistung nicht mehr reicht, wenn er zu schwer beladen ist. Ah, naja. So, lassen wir mal die Richtung noch mal halten. Grundsätzlich extrem gute Übersicht, wenn du so nach draußen guckst. Also finde ich. Ja, ja. Bis auf die Streben links und rechts, die nerven manchmal ein bisschen. Kurz gucken, wo ist jetzt mein Höhenmesser da? Ich sehe schon. Na gut. Genau, du sinkst gerade ganz leicht. Ich würde sagen, mit einem Viertelmeter. Ja. Ich sage mal, der ist natürlich nicht so kampfstark wie andere, aber der ist halt sehr agil. Der ist jetzt nicht extrem schnell. Ich finde immer ausreichend. Ich meine, der kommt auf seine 200 bis 250 kmh. Das kriegst du auf jeden Fall hin. Und ich weiß nicht, hast du dir die normale Trimmung belegt? Also es gibt ja noch... Ja, 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 hab ich. Achso, äh, was? Er hat ähnlich wie der Hint auch so eine Art Flugzeug gemacht. Hab ich, hab ich, hab ich. Wo du eben auch Nase senken kannst und so weiter. Das ist sehr angenehm. Das ist wirklich sehr gut. Stimmt. Und es gibt noch ein paar Autopiloten, die sind aber leider noch nicht wieder drin. Weil die nicht funktioniert haben, wie sie sollten. Du hast auch noch einen Schalter, der dann sagt, im Vorwärtsflug ab 120 kmh. und schneller kannst du dann sagen, bitte Höhe halten. Oder aber bitte Geschwindigkeit halten. Mhm. Was dann auch sehr angenehm ist. Gut, ich hab irgendwie den Lasing-Button hab ich, glaube ich, irgendwie noch nicht. Genau. Ne, warte auf, den Lasing-Button hab ich. Aber den Hover-Button, den hab ich irgendwie, keine Ahnung, wo ich den hingelegt hab. Äh, kein Problem, ähm, das ist sowieso momentan so, also es wird auch immer so bleiben. Du musst dich erst mal von Hand wirklich fast komplett in den Hover bringen. Mhm. Und erst kannst, dann kannst du den drücken, dass er's hält. Verstehe. Der ist also auch so ein bisschen so wie. Ja, und dann gibt's sogar noch einen Auto-Slave-Button. Der funktioniert aber noch nicht ganz. Deswegen müssen wir das von Hand machen. Und zwar, Auto-Slave würde heißen, dreh den Hubschrauber bitte dahin, wo die Kamera hinguckt. Ah, ja, 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 das ist gut. Ja, das ist wunderbar, aber momentan funktioniert's noch nicht richtig. Aber wie schnell fliege ich? Du fliegst, äh, 200 ungefähr. Also ist ja doch ganz sportlich. Ich muss mal gucken, hab ich die Karte blank gemacht, oder hab ich hier, sehen wir was. Ach, wir sehen doch sogar alles. Sehr schön, weil es ist halt Übung. Manchmal vergesse ich das. Ich hatte schon gesehen, dass wir was sehen. Sehr schön. Ich glaub, der Wegpunkt 1 müsste Manantiales Süd sein. Was auch immer das ist. Ja, ich hab einfach gegoogelt, wie die, beziehungsweise manche Sachen stehen ja sogar auf der richtigen Map, wie die Ortschaften heißen. Ja, und die heißen ja alle einfach Manantiales, das ist ja so, keine Ahnung. Ortschaft mit kleinen Siedlungen außen dran. Ah, ja. Und nicht wundern, wir haben ja auch noch diese Flugshow-Durchflugstore dahingestellt. Das hab ich mit Tirit gemacht. Die stehen von dem einen Ortschaft immer 1, 2, 3 und 4 entfernt. Ah. Für ungelenkte Raketen zum Loften, dass man das üben kann. Ah, da, ich seh das. Okay, ja. Sehr gut. Ist auch nicht so einfach, den Entenhafer zu bekommen, beziehungsweise mit dem Geschwindigkeit zu verlieren, ohne dass du steigst. Ah, ja. Also du musst ihn wirklich in dein Collective fast schon ganz nach unten machen und dann die Nase hoch, dass du langsamer wirst, aber eben nicht zu sehr steigst dabei. Na, das ist halt der Nachteil davon, dass wir eigentlich nichts wiegen. Ja, klar. Kriegt der Aufwind ohne Ende. Ja, also so wie du das jetzt gerade machst, so versuche ich dann auch immer Geschwindigkeit zu verlieren. Ich mach einfach einen Kreis. Ja. Ja, ist wirklich sehr agil, dass du wirklich seitlich abdrehen kannst, wie so ein Flugzeug. Also wirklich so 90 Grad zur Seite geht. Mhm. Musst aber bloß auf deinen Collective achten. In der Regel musst du dann, damit du nicht abschmierst, auf jeden Fall auch immer dann gut Collective geben und rechtzeitig wieder ausrollen, dass du nicht irgendwie abschmierst. Gut, das kann man ja mal testen. Ja, wie gesagt, fühl dich frei. Zur Not machen wir einen Autostart mit, falls du den Pfeisten zerlegst. Schieß mal ein bisschen was raus. Achso, ne, warte, da muss ich erstmal die Kamera anmachen. Ich kann nicht einfach so rumballern hier. M-Variante, Kamera mit Infrarot. Das ist der große Vorteil von dem Ding. Ja, ja. So, da bin ich wieder. Und zwar, um das zu machen, müssen wir bei dir den Masterarm auch noch anmachen. Ja, ich mach den mal. Achso, den hatte ich schon, ja. Hast du schon? Ne, mach nochmal. Ja. Bei mir oben jetzt. Warte, ich guck, ob ich jetzt so was kriege, ja. Ne. Bei dir so oben, bei mir auch. Das hab ich vergessen. Achso, ich könnte ja noch eine Station auswählen, ja. Ja, jetzt. So, jetzt guck ich genau. Oh, landest du gerade mit Absicht? Äh, nicht unbedingt, aber ich hab halt den, äh, den, den, ähm, den Translational Lift-Effekt verloren. Oh, kein Problem. Äh, bring bloß mal in der Relativ, oh, du bist ja schon relativ stabil, sehr gut. Wenn du jetzt auf mein Bildschirm guckst. Zufall, Stefan, alles Zufall. Macht ja nichts. Ja, ja, sehe ich. Dann siehst du bei mir, also so kann ich nicht feuern. Ja. Bloß, dass du weißt, warum. Du hast, äh, mehr, zwei Zahlenreihen in meinem Visier. Äh, ja, ja, ja. Oben steht eine G17. Äh, 18 jetzt und so weiter. Ja, ja. Das ist die Abweichung von der Nase zu dem Visier. Ja, wenn ich jetzt, äh, nach rechts gehe. Genau, jetzt habe ich wie so ein kleiner... Ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Ja, und zwar musst du die Nase ausrichten auf die, auf die Richtung, die, du musst jetzt quasi hart links. 60 Grad nach links. Genau, und jetzt kann ich feuern. Ich feuere einfach... Ah, nee, jetzt wieder nicht, das war zu weit. Ich habe eine Abweichung von 3 Grad. Ja, jetzt habe ich gefeuert. Mhm. Stehen da irgendwo Ziele? Äh, in dem, in dem Dorf voraus. Nein. So, folge quasi den Pylonen. Folge dem Weißen Hasen. Äh, maximal Reichweite ungefähr 4 Kilometer. Mhm, ja, ich weiß. Das ist mit der Trimmung, muss ich mal sehen. So, reicht auch, wenn jetzt die Geschwindigkeit nicht, dass wir abgeschossen werden? Könntest du schon schießen? Äh, gleich, warte. Ja, ist raus. Ist zerstört, dreh ab. Würde ich gerne. Darfst du auch. Genau, jetzt kannst du wirklich hier hart links ziehen, mach dir alles mit. Ja, mit einem Co-Piloten kannst du auch wirklich so Manöver fliegen im Sinne von, wir fliegen drauf zu, während, ich kann ja relativ weit gucken, richten wir uns schon aufs Ziel aus, ähnlich wie, äh, im Hind. Kannst du auch mit dem hier sehr gut machen. Ja, es braucht halt bloß ein bisschen Übung, weil der eben gefühlt zu den anderen Hubschraubern eigentlich gefühlt gewichtslos ist. Auch wenn es nicht mehr ganz so krass ist wie vorher, vorher war das wirklich Matchbox-mäßig. Jetzt ist es auch wirklich, fühlt es sich an wie ein Hubschrauber. So, ich richte mich nochmal aufs Dorf aus. Jawohl. Suche Ziele. Mörser ist nicht interessant. Jede Menge Infanterie. Ja, der hat aber noch eine AAA geschossen. Ja, ich sehe die auch. Äh, weiter nach links drehen? Und abdrehen. Und abdrehen. Ja, sehr schön, wir sind entkommen. Achtung, rechts in der Ortschaft könnten auch, äh, ist auch was Beschuss. Gut ausgewiesen. Okay, ich mache nochmal einen Anflug auf die Ortschaft von eben. Ja. Aber diesmal aus etwas weiterer Entfernung hast du mehr Zeit zum Suchen. Von dem Ziel, was du eben bekämpft hast, etwas weiter links kam der Beschuss. Ja, ich glaube, irgendwie Gebäude mit einem roten Dach oder so. Gut, ich versuche es zu finden. Ah, ich glaube, wir sind schon relativ nah dran, aber das kann ich dir gleich sagen. Ja, in der Feuerreichweite sind wir auf alle Fälle schon. Ich suche. Ja, das hier ist eine AAA. Äh, 8 Grad Abweichung. Weiter nach links. Weiß nicht, wieso hat er jetzt nicht gefeuert? Wir kommen. Haben wir keine Raketen mehr? Oder hast du keine Schuss? Meine Rohre sind leer. Oh ja, eine haben wir noch. Warte, ich fliege einfach mal weg, ich finde es raus. Da hat einer gerade noch Schwein gehabt, ja? Ja, ein bisschen ja. Okay, jetzt hatte ich die falsche Station ausgewählt, mein Piller. Kannst du bei Dorf dann wieder eindrehen. Ich sag mal, mach mal nach der Pylone hier, weil dann sind es exakt 4 Kilometer bis zur Ortschaft. Das hatte ich vor. Ja. Ja. Wie ist es vom Fluggefühl her? Ich finde ihn eigentlich ziemlich cool. Ja, ja, ist eine Rennmöhre, ne? Ja. Sehr schön. Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Äh, linke Hand für Dorf. Oder warte mal, ist es der? Hier ist ja, ah ne, das ist ein normaler. Ich versuche nochmal kurz ein bisschen weiter. Weil du gesagt hast, links. Ne, ist nichts, also wird es der sein. Kannst du feiern? Ne, äh, nach links drehen. So, dann musst du sagen. Noch eins? Rifle. Ja, war der Richtige, der dreht gerade auf uns ein. Gut, getroffen. Sehr schön. Wie kriege ich, äh, wie komme ich nach Hause? Schreibt mir mal ein. Ja, äh, flieg auch. Trümmel mal einen Kurs ein. Das ist relativ einfach. Ich sage dir, wie du das machst. Und du machst es selber, weil du musst exakt eine Taste drücken. Ja, welche ist das? Und zwar auf deinem Ziffernblock unter den roten Zahlen drückst du die 9. Ne, mehr nicht. Kein Enter, kein gar nichts. Dort ist noch kein Wegpunkt hinterlegt. Deswegen ist alles, wo kein Wegpunkt hinterlegt ist, ist automatisch deine Startposition. Ah. Muss man wissen. Und du kannst ja auch mit dem ganz einfach Positionen, sagen wir mal, du willst hier an dem Ort, wo wir jetzt sind, einen Wegpunkt setzen. Ist ganz easy. Wahrscheinlich einfach irgendeinen Knopf drücken oder eine Nummer und dann sagen, hier. Ne, du musst erst sagen, äh, du bist, äh, quasi musst du anzeigen lassen. Wir sind jetzt auf Bad, das ist der Wegpunkt. Ja. Bei dem, bei dem oberen Schalter. Wenn du den auf PP, dann ist das deine momentane Position. Und dann drückst du den, äh, beim Zahlen, äh, bei den Zahlenanzeigen den GEL-Button, der ist unter der 7. Ja, das ist, äh, das ist wie, wie kurz zwischenspeichern. Ja. Drehst den oberen Schalter wieder auf Bad, für Wegpunkte. Ja. Drückst dann die Taste des Wegpunkts, den du haben willst. Und dann bin ich abgestürzt. Meinetwegen die, meinetwegen die 8. Ja, und drückst dann Enter. Und schon hast du ihn eingespeichert. Also, es ist wirklich, äh, das Navigationssystem von der Karre hier ist wirklich sehr simpel, aber ziemlich gut gemacht. Gibt bloß ein, was ich Polychop, äh, Vorsicht, wir stürzen wirklich gleich ab. Also, du musst jetzt keine Wegpunkte machen. Ne, ne, hatte ich nicht vor, ich wollte ein bisschen Fahrt aufnehmen. Ach so, na gut, dann mach. Ich hatte gerade Angst, dass du irgendwie auf den Zollenblock guckst. Ne, ne. Ja, das ist halt dann einfach, brauchst du halt Gefühl für die, für die Kiste. Aber das ist ja in jedem Hubschrauber so, dass du ein bisschen geflogen sein musst. Ja, man kommt aber auch schnell, relativ schnell wieder rein. Aber es ist halt auch so, die Verlängerung bringt's halt, ne. Da hast du echt ein Gefühl, das ist, hätte ich nicht gedacht. Also, fürs Heli-Fliegen ist das richtig geil. Das glaube ich, aber da müsste ich mir extra noch einen Stuhl kaufen, das ist es mir gerade nicht wahr. Ja, ne, ne. Da habe ich noch anderes vor. Ja, nachdem da einer wieder in der Gruppe geschrieben hat, so, ja, habt ihr eigentlich ein Collective? Oder so, dachte ich mir so, nee, aber ich denke mal wieder drüber nach. Das Witzige ist, machen wir mal meinen Scheibenwüscher an, jetzt machen wir mal dein, ah, nee. Ach stimmt, deiner ist ja, deiner ist irgendwo rechts. Nabend? Wer da? Ein wildes Teerad? Ein wildes Teerad? Ah, Teerad. So, und noch 8,5 Kilometer bis... Achso, und hier ist ja deiner. Wenn's so schön wieder auffangt. Gehen jetzt bei dir die Scheibenwüscher? Ja. Ja. Was ist so witzig? Ne, dass es auch funktioniert, weil das war vorher so ein Bug in der Gazelle. Achso. Das, was ich gemacht habe, siehst du nicht und was du machst, sehe ich nicht. Ah, ja, ja, das, äh, ein altbekanntes Problem bei, äh, sag mal schnell, bei Multigrew. Multigrew, ja, ja, genau. Aber das haben sie scheinbar wirklich gefixt. Ich bin total begeistert. Du konntest jetzt auch auf meinem Bildschirm sehen, was ich sehe, ne? Ja. Genau, das war vorher nämlich nicht so. Tiret musste mir immer vertrauen oder andersrum. Na gut, es gibt jetzt auch keinen Grund, sich gegeneinander nicht zu vertrauen. Das ist was anderes, aber es war halt trotzdem nervig. Guck doch mal, ich muss weiter nach links. Ich sehe nichts auf deinem scheiß Bildschirm. So sieht's aus. Tiret, das Ding geht. Also er kann mein Bildschirm sehen. Schön. Wir haben uns ohne Sync-Probleme zusammen in die Kiste gesetzt und es funktionierte alles. Achso, äh, Tim, eine Sache doch, die, äh, gewöhnungsbedürftig ist, weil man gar nicht gleich drauf kommt. Du hast ein Nachtsichtgerät. Das musst du ziehen. Mach mal Neustart, bin gleich wieder da. Das habe ich belegt. Genau, aber du hast zwei, einmal für den Co-Piloten und einmal für dich. Ja, 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 ich habe das mit Shift belegt, habe ich gesehen, ja. Gut, wenn du das gesehen hast, ist alles gut, weil das ist dann immer so komisch, weil du kannst ja ohne Probleme. Äh, das Schöne für dich ist, wenn du die Waffe feuern willst und du bist aber ganz alleine in der Karzelle. Du drückst einfach die zwei, hast trotzdem noch deine ganz normalen Steuerkontrollen und kannst trotzdem dann mit dem Bildschirm Ziele suchen und so weiter. Ja, also der geht auch allein sehr gut zu fliegen. Ja, da denke ich die ganze Zeit drüber nach. Ja, also du kannst den auch vom linken, vom linken Platz aus problemlos fliegen. Das ist wirklich relativ easy. Ich habe da zum Beispiel bei meinem, äh, bei meinem Froddle ganz außen den einen, äh, einen von den beiden gelben Kippschaltern. Den habe ich auf Piloten umschalten. So, Pilot 1, Pilot 2, also oder beziehungsweise Pilot und Co-Pilot. Ach so, ja gut, muss ich nochmal sehen, wie ich mir das belege. Also ich belege mir logischerweise beides, ähm, aber... Ich muss mal sehen, was ich da... Momentan fliege ich halt mehr, als dass ich schieße. Aber man muss halt mal gucken, ob ich dann halt entsprechende Personen finde, die dann sagen, naja, ich baller auch. Also Joker, dem hat es Spaß gemacht. Ich und Tirit hatten auch viel Spaß zu zweit in der Kiste. Und... Es wird es dir richtig. Ja, sicher. Ich sag mal, als Co-Pilot ist da eben das von A nach B fliegen dann jetzt, äh... Du sitzt halt bloß da. Oh, das war relativ hart, aber... Ja, ich hab gesehen, ja. Alles gut, ich glaube, es ist nichts kaputt gegangen. Bloß als Hinweis für dich, wenn du, äh, auf F2 drückst, siehst du ja, dass deine... äh, dein Tail hängt relativ niedrig im Vergleich zu anderen Hubschraubern. Ja. Weshalb du da auch immer drauf achten musst. Aber ich glaube, das ist alles gut gegangen. Ich glaube, das ist alles gut gegangen.